Jo Moin, ein ganz recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es war das erste Mal. Es kam unvermittelt und ich habe nicht damit gerechnet, aber es hat sich gut angefühlt. Nein, die Rede ist nicht von der Sache mit den Bietchen und den Blümchen, sondern die Rede ist von Jet Battle, beziehungsweise meinem Kampf gegen Jets. Es ist ein kleines Replay, das ich dir nicht vorenthalten will, das wir uns gleich anschauen werden. Grundsätzlich erstmal, was ist passiert. Ich habe einen 500% Booster fürs Einloggen bekommen und dachte mir, ich schnappe mir die Maschine mit dem höchsten Geldeinkommen, die ich besitze. Das wäre dann diese hier, P47M1RE, die Premium Variante, Battle Rating 5.7. Und nach 5 oder 6 Minuten Warteschlange, ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben, wurde ich in ein Battle geschmissen, aber nicht in ein Battle mit meiner normalen Reichweite, sondern in ein Battle gegen deutsche Flugzeuge bis zu einem Battle Rating von 7.0. Und ohne weiteres Gequatsche direkt ins Replay. Ja, und da sind wir auf der Map Norwegen und... Tja, zu Beginn wissen wir steigen, 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 steigen. Zu diesem Moment oder an diesem Moment habe ich noch nicht gerallt, in welcher Scheiße ich eigentlich sitze. Ich habe da unten die 84 gesehen. Ich wusste, dass mein Kamerad irgendwo mit einer P51 unterwegs sein müsste. Da oben haben wir zwei PB4Y. Da haben wir den Kameraden, der war aber nicht mein Teamkollege. Irgendwo müsste noch eine Mustang rumfliegen. Der war auf jeden Fall mein Teamkollege. Ach, da oben. Genau. Ja, zu Anfang, Business as usual. Erstmal hochsteigen, erstmal die Maschine auf Höhe bringen. Empfehle ich bei der Map Norwegen generell, egal welche Seite. Einige lassen sich ja dazu hinreißen, irgendwie nur auf mittlerer Höhe oder so rumzukrebsen. Da geben sie natürlich sehr, sehr einfache Ziele ab. Ja, an diesem Punkt dachte ich mir, okay, was soll schon passieren? Ist nicht so viel los. Ich glaube, wir haben pro Team sechs Flieger. Bezählen wir mal kurz unsere. Wir haben zwei PB4Ys. Mit den beiden AD4s sind das schon mal vier, ich fünf, sechs und sieben. Sieben Maschinen pro Team. Ja, nicht so viel los, wie gesagt. An diesem Punkt wusste ich noch nicht, was abgehen wird. Ich dachte mir, ich steige erstmal und wir sehen, die P47 ist gar nicht so schlecht darin zu steigen. Abgesehen davon, dass sie halt sehr, sehr hübsch aussieht, ist sie halt auch noch sehr gut darin, Höhe aufzubauen. Wir sehen da drüben die PB4Y. Es hilft natürlich auch, dass die Maschine einen Airspawn kriegt, egal auf welcher Map. Man startet ja immer auf der Abfangjägerposition. Und an diesem Punkt wusste ich noch nicht so genau, was ich mache. Jetzt war ich erstmal hier oben, jetzt habe ich gesehen, gut, du siehst hier keine Bomber. Naja, was willst du großartig machen? Die AD4s sind sowieso sehr weit unten, da fliegst du nicht hin. Auf die Höhe gehst du nicht wieder runter. Und da war mir schon so klar, okay, ich versuche jetzt, ja, Eskorte für die PB4Ys zu geben. Das war dann so mein Plan. Ich bin dann also weiter gestiegen. Ich habe natürlich so geguckt, was die Kollegen hier so machen, die ja mit mir zusammen die einzigen Jäger hier bei unserem Team waren. Also wir waren im Prinzip nur drei ernstzunehmende Jagdflugzeuge. Der Rest ist ja AD4, wenn man weiß, wie es geht. Okay, kann man auch gut noch als Jagdflieger benutzen. Aber die PB4Ys auf dem Battlerating dann von 7.0. Ziemlich leichtes Kanonenfutter. Tja, da vorne sehen wir schon was. Das habe ich auch gesehen. Ich habe dann erstmal so ein bisschen drauf zugehalten. Dachte mir, naja, wir warten mal ab, was das ist. Das könnte jetzt auch ein schneller Bomber sein, der auf die Höhe fliegt. Wobei ich mich auch gefragt habe, was würde er da wollen. Aber ich dachte mir, ja komm, wir fliegen ihn mal direkt an. Wir sehen, ich bin hier so oberhalb der ersten PB4Y, die zweite fliegt da hinten. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, was auch immer das ist, I don't know. Dann habe ich da vorne noch mehr Ziele gesehen. Und dann habe ich aber rechts gesehen, okay, das ist eine Me262. In diesem Moment ging mir der Arsch auf Grundeis und ich habe mir gedacht, what the fuck, Matchmaking. Was hast du mir hier angetan? Mich hier reinzuschmeißen. Aber ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf. Du machst deinen Job. Du gibst nicht auf. Du versuchst es einfach. Ich weiß, die P47 ist eine schnelle Maschine, aber aus der Situation heraus ist eine Me262 natürlich uneinholbar. Aus der Höhe wahrscheinlich mit sehr hoher Geschwindigkeit und dann auch noch leicht steigen. Und die PB4Y hatte ihm auch nicht viel entgegenzusetzen. Er hat natürlich versucht, so lange wie es geht, irgendwie auch noch ein bisschen zu manövrieren und versucht so ein bisschen am Leben zu bleiben. Hat ihm aber nicht viel genutzt. Und jetzt dachte ich mir, okay, das ist eine Position heraus, aus der ich eventuell was machen könnte. Hier habe ich wieder hochgezogen, weil ich mir gedacht habe, nee, der Winkel ist kacke. Du drehst jetzt so hin, dass du oberhalb über ihn bist und setzt dich hinter ihn. Jetzt habe ich gesehen, in welche Richtung er seine Maschine ausgerichtet hat und habe mich hinter ihn gesetzt. Ich habe versucht zu tauchen, um so viel Geschwindigkeit, wie es nur geht, mitzunehmen. Und habe dann aber gesehen, dass hier noch mehr Maschinen unterwegs sind. Als ich dann gemerkt habe, dass ich ihn nicht kriege, habe ich ihn angeflogen, weil er offensichtlich in meine Richtung kam. Betroffen habe ich ihn und wir sehen dort den Rauch, den er hinter sich herzieht. Ich habe ihn also getroffen. Jetzt kann ich mich wieder hinter ihn setzen. Er hat jetzt an diesem Punkt natürlich auch ein beschädigtes Triebwerk. Und er versucht jetzt, mich auszumanövrieren. Was allerdings auch sein Fehler war. Er versucht jetzt hier, diese Situation zu retten. Er hat begriffen, dass er mich nicht ausmanövrieren kann. Und versucht in einem Dive zu entkommen. Potato Aim. Nicht darauf achten, es war ein bisschen Potato Aim. Allerdings habe ich das auch gemacht, um so ein bisschen Druck auszuüben auf ihn. Und das war einfach nur gerade in einer Linie. Das war keine schwere Arbeit. Und das war der erste Abschuss. Und jetzt habe ich meine Augen nach oben gerichtet. Wo sind die anderen? Oh, da. Okay, also wieder hoch. Jetzt wusste ich nicht so ganz, was ich machen sollte. Ich wusste aber, okay, mein Kollege steckt in der Scheiße. Er versucht sich da an den beiden. Ebenfalls Messerschmitt 262. Er versucht sich an denen, aber er kriegt es halt nicht so ganz hin. Ich bin dann erstmal der Messerschmitt hinterher geflogen, die ihn bedroht. Und habe das Feuer eröffnet. Ich habe ihn nicht so richtig getroffen. Aber dann hat er den Fehler gemacht, weiter einzudrehen und hart zu pullen. Ihr seht, ich habe einfach drauf gehalten und alles gegeben, was geht, um ihn zu erwischen. Denn wir mussten ihn aus der Luft haben. Die Messerschmitt 262 sind extrem dominant in Sachen Geschwindigkeit. Und er fliegt mich direkt an. Was mache ich? Ich gehe runter. Möglichst dicht über den Boden. Warum? Weil er dort nicht seine Kanone aufs Ziel bringen kann und mich in aller Ruhe abschießen kann. Ich habe ihn die ganze Zeit im Auge behalten und habe jetzt natürlich hingedreht, um ihm hinterher zu fliegen. Ich habe aber gesehen, okay, verdammt, er ist aber wirklich viel zu schnell. Er ist viel schneller als ich. Und ja, da sehen wir meinen Kollegen, der da vorbeifliegt. Er hat mehr Geschwindigkeit als ich und kann seine Energie besser nutzen und klemmt sich also hinter diese dritte 262. Ich habe anmoderiert, dass es zu Battle Rating 7.0 ist, aber das stimmt nicht. Das scheint sich alles um die kleinere Variante zu handeln. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Battle Rating die hat. Ja, aber jetzt fliegen wir dem Ding hinterher. Und ich habe an dieser Stelle ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet, wer noch so alles am Leben ist und um was sich so handeln könnte. Aber ich dachte mir schon, bei den ganzen Bombern müssen die Gegner auch einige Bomber haben. Also bin ich ihm jetzt weiter hinterher geflogen. Wir sehen, mein Kollege kann mehr Energie aufbauen mit seiner Maschine. Die 262 scheint irgendwie zu rauchen. Einer ihrer Motoren scheint getroffen, vielleicht sogar ausgefallen zu sein. Und wir kommen jetzt langsam dichter und wir sehen, dass da jetzt eine Kurve fliegt zwischen den Steinen lang. Das ist an sich keine schlechte Idee. Ich habe damit auch schon Gegner überrascht, weil ich dann aber andere Sachen gemacht habe, als die wahrscheinlich erwartet haben. Ja, aber wir sehen, wir kommen jetzt dichter. Mein Kollege kommt auch für mich dichter. Ich schneide ihm so ein bisschen den Weg ab. Ich kann mir schon denken, dass er zurück zur Basis wollte. Und ja, mein Kollege latzt hier seine ganzen Magazine auf ihn und trifft ihn nicht vernünftig. Ich ziele kurz. Ähm, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn gleich abschieße. Der Kollege da schreibt dann noch nice killsteal. Ähm, ja, war ein bisschen killsteal, muss ich ja irgendwie zugeben. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich ihn mit der ersten Salbe im Grunde gleich aus der Luft geholt habe. Ähm, ja, nichtsdestotrotz Kill Nummer 3. Und ja, ironischerweise ist das hier genau das, wofür diese Maschine hier explizit bekannt ist. Äh, diese Maschine, diese Premium-Maschine hat den Hintergrund, dass es eine real existierende P-47 war. Mit dem Spitznamen Ugly Duckling. Und tatsächlich die erste Propellermaschine war, die eine Messerschmitt 262 abgeschossen hat. Also, witziger Zufall an dieser Stelle, muss ich auch wirklich sagen. Ähm, ja. Und auf jeden Fall auch mega nice. Aber das war natürlich jetzt auch noch nicht das Ende von diesem Gefecht. Denn das Gefecht geht noch ein bisschen weiter. Ja, was passiert jetzt? Als allererstes, äh, bewege ich mich in Richtung diesem Punkt. Weil ich natürlich gucken wollte, ok, kreist da vielleicht irgendwo noch eine gegnerische Maschine rum? Ja, nein, vielleicht. Ich hab dann, oder ich werde auch in Kürze, ähm, blinde Jagd aktivieren. Und wir werden dann sehen, ich hoffe auch, dass man das hier im Replay sieht, was für eine Maschine da noch übrig ist. Ja, an dieser Stelle, wenn dir das Video gefällt, wenn dir mein Content gefällt. Falls ich dir gefalle, gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonnier meinen Kanal. Ähm, für Fragen, Kritik und Anregungen kannst du auch gerne die Kommentarleiste nutzen. Ähm, ich antworte in aller Regel relativ schnell auf alles, was da so aufploppt. Ähm, ja, zuviel erstmal dazu. Jetzt habe ich blinde Jagd aktiviert und wir sehen dort hinten eine Araro 234. Sleepybob, ähm, ist gerade auf dem Weg in, äh, ja, oder zu seiner Basis. Wir sehen dort noch eine Maschine. Ähm, ja, ich habe aber keine Ahnung, was mit dieser Maschine passiert. Ich glaube, er landet und startet einfach nicht wieder. Ähm. Der gute Sleepybob ist, glaube ich, der, der auf jeden Fall wieder starten wird. Ja. Jetzt läuft erstmal blinde Jagd. Ich sehe, er ist da. Ich will ihm auf jeden Fall nicht folgen. Das will ich deshalb nicht. Weil, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ach nee, das ist gar nicht Sleepybob. Das ist noch eine andere Maschine, die dort fliegt. Es sind also zwei Araro 234 übrig, glaube ich. Ähm, ja. Ja, was wir jetzt sehen ist, äh, okay, der Punkt gehört noch nicht uns. Und ich suche hier gerade so ein bisschen unsere Landungsboote, wo die sich befinden. Ah, da sind sie. Okay. Ähm, ja, an diesem Punkt wusste ich nicht so ganz, äh, wo ist die zweite Maschine. Ich sehe Sleepybob. Ich sehe die zweite Maschine nicht, die sich jetzt also in Richtung unserer Flugzeugträger übrigens bewegen wird. Ja, unsere beiden, äh, AD4 Skyraider haben übrigens eine tolle Aktion geschafft. Sie sind nämlich beide einfach abgestürzt. Ohne Feindeinwirkung in dem Sinne. Und die beiden einzigen ernstzunehmenden Flugzeuge sind im Grunde die P51 und ich. Ähm, denn auch wenn der Kamerad da nicht viel gerissen hat in Sachen, dass er keine Kills hat, äh, hat er natürlich einfach dafür gesorgt, dass die Gegner, äh, abgelenkt waren. Er hat sie abgelenkt, er hat sie beschossen. Ja, er war praktisch schon alleine durch seine Präsenz, äh, für sie eine Gefahr. Ja, jetzt werde ich hier von der Flak beschossen und habe deswegen so ein bisschen, äh, Ausweichkurs geflogen. Ich spule jetzt auch absichtlich nicht vor, auch wenn das Ganze jetzt hier so ein bisschen länger dauert. Aber das Ganze möchte ich einfach auch so zeigen, wie es passiert ist. Bis zu einem bestimmten Punkt, aber da komme ich noch zu. Ähm, ja, wir sehen jetzt hier, da ist die AD4 Skyraider. Ich fliege jetzt so ein bisschen über ihn, ich will ihn decken, weil ich nicht weiß, was hier noch so fliegt und was hier nicht so fliegt. Ähm, ja, deswegen decke ich ihn, ich fliege so über ihn und dachte mir, ja komm, gib so ein bisschen Fighter-Cover, falls irgendjemand sich dazu hinreißen lässt, ihn anzugreifen. Wenn er zum Beispiel Bodenziele angreift, wird das ja unten rechts auch angezeigt. Und dann kann es natürlich sein, dass sich ein eventuell verbleibender Jäger denkt, oh, lecker, eine AD4. Boah, okay, ähm, ja, jetzt sehen wir, ich fliege wieder runter. Ich baue so ein bisschen Höhe ab. Ziel des Ganzen ist es, ich wollte eigentlich so ein bisschen unter die Wolkendecke wieder durch, damit ich ein bisschen was sehen kann. Aber ich dachte mir, ja komm, ist egal. Jetzt ziehe ich also wieder hoch. Ich habe so ein bisschen die Motorleistung runtergenommen. Das habe ich deshalb gemacht, um Sprit zu sparen. Auf der nehme ich übrigens immer ein bisschen mehr Sprit mit, weil ich dazu tendiere, einer der letzten Überlebenden zu sein. Und da hilft es dann, wenn man ein paar Tropfen mehr im Tank hat und, äh, ja, doch noch ein bisschen länger durch die Gegend fliegen kann. Ähm, die P47 an sich ist super zu fliegen. Und wie gesagt, die Maschine an sich kann ich auch absolut empfehlen, weil das Ding druckt Geld wie bescheuert. Selbst ohne Premium machst du damit echt viel Geld. Ist auch, ja, seitdem ich die Maschine habe, habe ich auch absolut keine Geldprobleme mehr. Die Maschine ist halt echt, das Ding druckt Geld, wenn du gut fliegen kannst, kauf dir das Ding. Das Ding wird dir einfach nur Geld drucken. Ist der reine Wahnsinn. Ähm, ja, wir sehen dort unten unser Kamerad mit der P51. Der wartet jetzt übrigens quasi darauf, dass der Punkt eingenommen wird und er landen kann. Das wird er nämlich auch noch tun. Wir sehen, Blind Hunt war auf ihn die ganze Zeit. Die ist jetzt abgelaufen. Jetzt weiß der Gegner also auch nicht mehr, wo er ist. Dachte ich mir, hm, okay, was machst du jetzt? Okay, neuer Plan. Jetzt habe ich den Plan gefasst, ich fliege in Richtung Feindbasis. Und das hat sich hinten raus auch als absolut richtig erwiesen. Ähm, ich bin jetzt einfach Richtung Feind geflogen. Richtung Feindbasis. Und, ähm, ja, wir sehen hier ist noch eine ganze Menge Flakfeuer. Aber relativ unpräzise, ich kann mir ja so Zeit lassen. Ich bin auch wieder so ein bisschen am steigen. Das ist aber auch eher langsam, weil ich eher schnell dahin wollte. Um einfach, ähm, ja, Gegner eventuell früh zu überraschen, die dann noch auf niedriger Höhe umherfliegen. Und dann, äh, auf sie runterstoßen zu können. Das war so der Plan, das war so die Idee. Und ich habe mich jetzt hier an dieser Stelle auch schon so umgeguckt. Ich habe also, äh, mich in Dotspotting probiert, ob ich irgendwo einen Punkt sehe, der ein feindliches Flugzeug darstellt. Ich habe allerdings an diesem Punkt, ähm, kein gegnerisches Flugzeug ausmachen können. Äh, ich habe nicht nur in Richtung Feindbasis geguckt. Ich habe auch überall andersrum geguckt. Denn es kann ja sein, dass jemand schon früher wieder gestartet ist, relativ am Anfang des Battles zurückkam. Und dann einfach versucht hat, äh, wieder auf Höhe zu kommen. Und mir jetzt eventuell auf gleicher Höhe entgegenkommt. Aber wir sehen, es passiert nichts. Irgendwie passiert gar nichts. Hm. Ja, wir bleiben noch ein bisschen weiter auf Kurs. Denn wir sehen, hier ist es relativ entspannt und easy. Man kann sich hier in aller Ruhe umgucken. Man kann hier entspannt fliegen. Jetzt drehe ich die Maschine und fliege zurück Richtung Basis. Warum habe ich das gemacht? An diesem Punkt habe ich gedacht, gut, okay, eventuell so viel Sprit hast du hier nicht mehr drinne. Ähm, und außerdem könnte es wohl jetzt passieren, dass da irgendwo die Gegner jetzt schon da sind. Aber jetzt habe ich weggedreht. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich da die Luftabwehr von den Trägern und alles habe schießen sehen. Und an diesem Punkt ist Folgendes passiert. Und zwar hat eine Arado einen unserer Flugzeugträger versenkt. An diesem Punkt war das für mich relativ wichtig zu wissen. Und dort sehe ich ihn schon. An diesem Punkt habe ich diesen dort schon gesehen. Und ich sage verdammt oft an diesem Punkt. Fällt mir gerade selber auf. Okay. Okay. Ich sehe ihn. Okay. Ich sehe ihn. Ich habe ihn ausgemacht. Ich fliege also weiter. Und ich weiß, okay, ich kann ihn kriegen. Ah, das fällt mir jetzt auf. Das sind glaube ich sogar beide gegnerische Maschinen. Seht ihr? First try in der Aufnahme stellt sich raus, dass da sogar beide Feindflugzeuge sind. Naja. Ich habe aber nur einen von beiden gesehen. Und ich glaube, das ist jetzt der vorderen von beiden gewesen. Der jetzt also gleich in meine Sicht ploppen wird. Ja. Da sehe ich ihn unter mir. Und ihr seht, ich fliege direkt über ihn. Dreh dann runter. Ich nehme auch an dieser Stelle die Motorleistung weg, weil ich weit über ihm bin. Ich will natürlich nicht so schnell werden. Da haben wir ihn. Okay. Arado, 2, 3, 4. Also den hinteren von den beiden Kollegen habe ich an dieser Stelle gar nicht weiter wahrgenommen. Witzig. Ähm. Ja. Wir sehen. Einfacher Abschuss. Das war mein vierter und auch letzter Kill. Und ähm. Ja, an diesem Punkt, wie gesagt, die andere Arado habe ich nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass er dort ist. Hätte ich das gesehen, hätte das mein fünfter Kill sein können. Ach, verdammt. Aber egal. Nicht so schlimm. Ähm. Ähm. Ja, wir kommen zu den spektakulären Ergebnissen. Wir sehen, wir haben nette Experience bekommen. Aber was noch viel wichtiger ist, durch den 500% Credit Booster haben wir 433.596 Credits bekommen. Silver Line. Ähm. Ähm. Das ist das fucking höchste, was ich jemals für ein einzelnes Gefecht bekommen habe. Und ich glaube, das kann ich so schnell auch nicht toppen. Was da aber noch viel wichtiger ist, ist der Spaß, den ich an dem Gefecht wirklich hatte. Und es war halt mein erstes Jet-Gefecht, was es wirklich zu etwas Besonderem für mich macht. Und auch, was ich tatsächlich über längere Zeit nicht vergessen werde. Ähm. Was ich auch cool finde, äh, dass ich das über YouTube mit dir teilen konnte. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video auf meinem Kanal vielleicht wieder. Ansonsten, tu mir einen Gefallen und mach dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.